Wir haben hier auf diesem Channel schon einige Herausforderungen gemacht, aber wir sind natürlich ein Flirt-Channel und deswegen soll genau das jetzt kommen. Eine Herausforderung zum Thema Flirten. Wir kommen bei Herausforderungszeit Nummer 3. Die dritte Herausforderung. Ich hoffe, du bist wieder dabei. Sehr geil, wie viele Leute das letzte Mal dabei waren. Richtig geil. Die neue Herausforderung ist folgende. Nächste Woche beginnt sie. Du kannst dich bis Sonntagabend hier unter dem Video für die Herausforderung einschreiben. Ich erkläre das gleich nochmal genauer. Die Herausforderung ist für die kommende Woche folgende. Jeden Tag 5 Frauen ansprechen. Außer sonntags. Das ist auch die Vorgehensweise, die ich mit meinen Coaching-Teilnehmern immer mache. Außer sonntags, weil sonntags ist in den meisten Städten, selbst hier in Berlin, nicht so viel los. Gut, in Berlin könnte man es trotzdem hinkriegen, aber Sonntag ist unser freier Tag. Den kannst du nutzen, um einen geilen Kommentar unter das kommende Video am Sonntag zu schreiben. Also jeden Tag 5 Frauen ansprechen. Um kurz die Definition zu fassen. Was gilt als ansprechen? Du bist auf sie zugegangen, hast sie angetippt und hast gesagt, hey, ganz kurz, du gefällst mir, hey, warte mal kurz. Oder hast irgendwas Indirektes, so Situatives gesagt. In dem Moment, wo du sie antippst und sozusagen deinen Opener sagst, dann die Gesprächseröffnung machst, hast du die Frau angesprochen. Das ist unsere gemeinsame Herausforderung für die kommende Woche. Und wenn du daran teilnehmen willst, dann machst du zwei Dinge. Zum Ersten abonnierst du den Channel, wenn du das noch nicht gemacht hast. Zum Zweiten schreibst du in die Kommentare, ich bin dabei. Und nochmal, ich erwähne das nochmal. Letztes Mal hat das viel besser funktioniert, ich will es nur nochmal erwähnen. Wenn du dir in die Kommentare schreibst, ich bin dabei, dann erwarte ich von dir, dann erwarte ich von dir, dass du im kommenden Video am Sonntag, am kommenden Sonntag, mir auch schreibst, ob du es geschafft hast und wenn nicht, auch und warum. Das erwarte ich von dir. Du kriegst von mir aufgrund dieser Challenge nächsten Sonntag ein Video, wo ich dir sage, ob ich es geschafft habe. Und ich erwarte von dir, dass ich eine Antwort von dir bekomme, wenn du hier schreibst, ich bin dabei. Also hier schreiben, ich bin dabei, den Channel abonnieren, wenn du das noch nicht gemacht hast. Und dann erwarte ich von dir, dass du den kommenden Sonntag, also dann den Tag, wo du sowieso keine Frauen mehr ansprechen musst, in das Video, was dann rauskommen wirst, kommentierst und mir schreibst, ob du es geschafft hast oder ob du es nicht geschafft hast und vielleicht warum nicht. Also, wenn du dabei bist, sei ganz dabei, sei nicht halbarschig dabei. Ich freue mich drauf, ich weiß, viele Leute werden teilnehmen, sie haben eine geile Community. Gerade, dass ihr bei den Herausforderungen immer wieder abgeht, finde ich richtig geil, feiere ich richtig. Wir stellen uns gemeinsam eine Herausforderung, fünf Frauen jeden Tag, außer Sonntag. Den Sonntag kriege ich dann die Antwort von dir, den Kommentar, ob du es geschafft hast oder ob du es nicht geschafft hast. Ich freue mich drauf, wenn du dabei bist. Wir sehen uns nächsten Sonntag zum Auflösungsvideo. Bis dahin, eine geile und erfolgreiche Woche. Und du wirst viele Frauen kennenlernen, wenn du die Herausforderung machst. Du wirst vielleicht Dates haben, wenn du die Herausforderung machst. Viel Spaß dabei, bis nächsten Sonntag.